Familie L. möchte eine ehemalige Scheune zum Wohnhaus umbauen. Der Bauvertrag, den die Firma erstellt hat, sieht sogenannte Einheitspreise vor. Unsere Zuschauer möchten wissen, worum es sich dabei handelt und ob sie dies bedenkenlos akzeptieren können. Ja, es kann schon durchaus vorkommen, dass gerade bei so älteren Bauobjekten, bei solchen Baumaßnahmen, die so eine alte Scheune betreffen, der Bauunternehmer unter Umständen gar nicht richtig weiß, was da auf ihn zukommt von der Baumaßnahme her. Und deshalb versucht er natürlich, sein Risiko zu minimieren und den Pauschalpreis dazu vermeiden. Wenn man also damit rechnen muss, dass eventuell doch ein größerer Aufwand da ist, dann möchte man den als Bauunternehmer natürlich gerne vergütet haben. Dieser Einheitspreis bedeutet also, dass man sich eben nicht auf einen festen Gesamtpreis festlegt, sondern den dann später erst ermittelt. Und deswegen ergeben sich natürlich Möglichkeiten der Überraschung bei der endgültigen Abrechnung dann eines solchen Bauvorhabens. Wie funktioniert so eine Einheitspreisabrechnung denn? Ja, es werden die Mengen und Massen ermittelt, die da verbaut werden. Beispielsweise die Fläche einer Wand, die da gegebenenfalls zu verputzen ist. Und zwar die tatsächliche, wie sie nachher verputzt worden ist, nicht wie es ursprünglich geplant war. Und die wird dann mit dem für beispielsweise einen Quadratmeter angegebenen Einheitspreis multipliziert. Können Sie das unseren Zuschauern mal an einem Beispiel erläutern? Naja, der Vertrag sieht beispielsweise eine bestimmte voraussichtliche Menge einer Leistung vor. Nehmen wir mal so ein Mauerwerk. Da wird angenommen, dass man 200 Quadratmeter Mauerwerk verputzen muss im Rahmen der Sanierung dieses Scheunenbaus. Und weil eben da statische Probleme dann im Laufe der Baumaßnahme aufgetreten sind, vergrößert sich die Fläche der Wände, die dann errichtet werden müssen, um das statische Problem vielleicht zu lösen. Dann sind es eben nicht mehr 200 Quadratmeter, die verputzt werden müssen, sondern 300 Quadratmeter. Und wenn wir als jetzt von mir völlig wild gewähltes Beispiel 10 Euro auf dem Quadratmeter wählen, dann haben wir eben nicht mehr 2000 Euro für das Verputzen, sondern 3000 Euro. Der Preis, der sich nach der Einheitspreisabrechnung ergibt, liegt also in diesem Fall alleine für das Putzen um ein Drittel höher als geplant. Und das kann sich dann eben bei anderen Positionen des Bauvorhabens dann schon ein bisschen summieren. Wenn unseriöse Anbieter nutzen das manchmal, das kommt in der Praxis schon vor, das teilweise sogar bei Neubauvorhaben, wo man es also wirklich eigentlich gut kalkulieren kann, dass Mengen und Massen gering gerechnet werden, damit das Angebot gegenüber den Angeboten anderer Anbieter etwas schicker, etwas günstiger aussieht. Dann wird ein Einheitspreisvertrag vereinbart und am Ende der Abrechnung ergibt sich dann das böse Erwachen für den Bauherren, der dann merkt, dass die Mengen und Massen zu gering kalkuliert gewesen sind. Das kann für einen privaten Bauherren aber sehr schnell das geplante Budget sprengen. Das ist in der Tat so. Das kann man dann schlecht übersehen. Bewerbliche Bauherren, die öfter bauen, die kennen diese Risiken, die wissen auch, wie sie damit umgehen können. Die privaten Bauherren sollten doch besser an einen Pauschalpreis denken, selbst wenn sich dann vielleicht teilweise auch mal geringere Mengen und Massen ergeben können. Aber man ist sicher, man ist im Budget, man hat eine Planung, man hat seinen Kreditvertrag mit der Bank vielleicht abgeschlossen. Und in diesem Rahmen kann man sich dann eben bewegen, wenn das Bauunternehmen die Pläne gründlich prüft. Und wenn hier beispielsweise bei der Scheune der Bauunternehmer mal vor Ort geht, da mal vorab Aufmaße macht und ermittelt, was er dort voraussichtlich wird tun müssen, dann kann man solche Risiken auch begrenzen und kann vielleicht sogar dann eben doch einen Pauschalpreis vereinbaren. Und unsere Zuschauer werden dann weitestgehend vor Überraschungen geschützt. Frage und Antwort Wir möchten einen Bauvertrag für unser Eigenheim abschließen. Das Angebot der Baufirma sieht eine Garantiezeit von zwei Jahren vor. Ist das korrekt? Das BGB sieht für die Verjährung von solchen Mängeln aus Bauleistungen eine Gewährleistungszeit von fünf Jahren vor. Darauf sollten sie auch bestehen, weil die kurze Verjährungsfrist von zwei Jahren eben dazu führt, dass sie für Mängel, die erst nach Ablauf dieser zwei Jahre auftreten und das kommt durchaus vor, sie dann selber aufkommen müssten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017